Hi, Willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play King of Hearts Rechain of Memories. Oh, wie schnell ich jetzt fliegen kann. In der letzten Folge haben wir, muss ich mir nachdenken, Larkzen, glaube ich, besiegt. Und den 13. Stock betreten. Das Schloss des Entfallens. Das Schloss des Kaputtgehens. Und ja, ich konnte mir hier keinen Speicherpunkt machen, weil irgendwie habe ich nichts für als 7. Speicherpunktmäßig. In der Flow dahinter ist schon wieder Story. Deswegen konnte ich jetzt nicht noch weiter gehen, aber da kommt nur eine Katze. Aber das ist jetzt egal. Ich habe viele von diesen grünen Lullen. Wir machen halt. Ja, da der Kaxien kommt, die ich direkt weggedrückt habe. Konnte ich jetzt nicht noch näher rangehen. Aber, wenn wir jetzt sehen. Aber ein bisschen trainiert bis Level 61. Ich habe jetzt 1000 KP. Ich hoffe, es wird reichen für den Endkampf. Ich habe geplant den neuen Platz zu machen. Und ja, so sieht mein Deck aus. Und noch mal hier so drei Dinger reingepackt für Schallschock. Und ich habe Wechsel mit Rico ersetzt, damit ich Kombinationen nutzen kann. Fünf Stück. Und hat die Karten verschwinden. Das ist doch mal. Oh Gott. Und ich am besten dir für diesen Stopp Angriff machen. Überher Speicherpunkte. Lange ich zu als 7 ist. Und hier kam die Katze, glaube ich. Du hast ja nur noch Axel und Malusha übrig. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob wir noch mal gegen Axel kämpfen. Du hast ein paar Nürfe, um deinen tretenlosen Gesicht hierher zu zeigen. Ein paar Nürfe. Tretenlös? Ich weiß nicht, was du möglicherweise darüber reden könnt. Was du mit Naminé? Warum nicht Naminé zu gehen? Wenn du nicht für deine Needless Meddling mitzirn, wir könnten uns die Kieblademaster zurückkommen und uns servieren. Oh, genau. Du toll bist. Du benutzt Naminé. Du benutzt Naminé für Sora's Memorien, Stück von Stück. Und er wird sie in ihrem total Puppet. Und dann, mit Naminé und Sora zusammen, Aber Sie und Larxene verabschieden die Organisation. Am ich richtig? Ich würde sagen, dass Sie der Traktor sind, Marluxia. Seit wann waren Sie uns suspicious? Entweder haben wir das Gefühl, jemanden zu glauben? Also, Sie haben nur Vexen verabschiedet, um unsere Plan zu bekommen. Das wollte ich nicht. Aber es war Ihre Ordnung. Der Befehl eines Verräters. Wie macht das Sinn? Aber egal. Du musst den Traitor eliminieren. Ich folge immer immer die Ordnung, Marluxia. Okay. Jetzt bin ich erst recht verwirrt, gegen wir immer kämpfen. So, ich werde es aber jetzt nicht erspeichern. Ich könnte mir vorstellen, dass ich sehr imbar bin. Und OP. Und was es noch für Worte gibt. Zusammen mit überpowered. Ich gehe noch mal durch. Speicherpunkte. Speicherpunkte. Überall. Noch einer? Okay. Oder ist er schon? Der Rom. Nee, doch nicht. Speicherpunkte. Ich habe noch einen Speicherpunkt. 5,6 Speicherpunkte in einen Raum. Stockberg. Was ist hier noch? Da geht es wahrscheinlich dann weiter. ne? Ja, komm. Oh. Ja, komm. Boah. Okay. Ich meine. Lassen. Die, ich mache manchmal nicht. 1 bitte eine 3 bitte 99 und was könnte auch ein bisschen knapp werden ich meine frau ich hatte ja keine zufahrt gemacht ich habe genug von diesen hier ok verdammt noch genug von denen glaube ich vielleicht nutzen sollen der teil luck scene paid the preis for disloyalty when she disappeared you must do the same so so die organization's betrayed in that name i will annihilate you not lines not you well had to try it once you know okay is that your shield won't do you any good i'm afraid i wonder are you listening sora axel says he's willing to harm nomine to get me you won't let that happen will you oh come now you're my lucia's puppet already after i finish you he's next now so we've got more in common than you might think i'd really rather not fight you dann machst du nicht die organisation nachher du bist hier ich bin auch hier wir kämpfen irgendwelche umstände haben dazu geführt das wesentlichen ächster kämpfen also ich mache jetzt folgendes nein dann vergesst mir das spiel geht was noch mehr schlitz 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 hätte mich sehr gut guck mal her stop hemmerteil aber verdammt warum mache ich so wenig schaden an dem ich habe noch eine dritte schlitz das ist so geil mit der kombi hier 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 Weg! 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 Nein, er ist ausgewicht. Ich krieg die Krise. Vielleicht nicht so oft Schallschock einsetzen. Er kommt gar nicht zum Angriff. Guck mal, ja. Schlitzschlitzschlitzschlitz! Guck mal, ja. Nein! Guffi, mach ihn fertig! Boah! Ja! Wer, 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 wer wird mich verarschen, ehrlich. Ey! Ich dominiere den ganzen Kampf und dann kommt der mit ein Angriff und tötet mich weinhaft. Das ist doch jetzt einfach nicht wahr. Ein Angriff und ich war so gut wie tot. Was ist das? Okay, Axel. Jetzt mal ohne Scheiß. Hm. Alle sind weg. Super gemacht. Okay. Wir sind Echse für Effekte. Wahrscheinlich Feierschaden. Nutzige Karten, auch wenn du formaliert in Scham betäubt bist. Okay. Und schlicht, glaube ich. Und wir speichern mal. Ich weiß ja schon oft, was passiert. Ja, jetzt ist noch mal los. Ich denke, wir haben auch noch. Ich denke, wir haben schon mal einen, einen Millionen Speicherpunkten. Warum bin ich schon wieder hier gelandet? Mann. Der Kampf hat es schon mal in sich. Ein Angriff und ich war so gut wie tot. Ist irgendwie übertrieben. nehmen denn wie bin ich wie weit bin ich im formel ab entfernt 4.100 bei mir extrem viel erfahrungspunkte ich werde kann ja von öffnen aber wie wir den raum schilder machen da kann ich ein ding skat bekommen habe ich gerade hier für den nächsten rauben da ist schon frei glaube ich ja das kenne ich ich werde aber nicht drauf eingehen ich habe extrem ich habe nur nullen als dings karten näher als grüne karten schon was ich meine ja auch jetzt noch nicht zurück ist geil habe ich dann streich das war richtig praktisch und war die probierung des siegers kann doch nicht aber jetzt ein raum erstellt warum der belohnt was 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 das ist ein fogium des siegers hier Das muss wutende Dingens hier kaputt hauen. Starry. Und da ist er. Du hast keine Chance für gewinnen. Nominator. Errace Sora's memory. Aber wenn ich das mache? Das stimmt. Sora's heart wird verletzt. His heart wird verletzt? Du kannst du das! Ich würde lieber ihn nicht verletzt. Aber er kann sich wiederentwickelt. Ich würde mich nicht verletzt. Du kannst du mit Zeit. Nominator. Mach es. Mach es. Mach es. Mach es. Sora hat mich sogar... Ich habe ihn verletzt. Wie kann ich den Herz schlagen? Keine Chance. Ich will nicht. Ich will nicht, was ich passiert. Ich will nicht, Sora. Ich will nicht. Dann werden Sie. Mach es, Nominator. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich kann mich auswählen. Ich kann mich auswählen. Sora? Warum sagst du das? Weil ich mich auswählen will, wenn ich nicht einen Nominator habe. Also mach es. Errace meine Erinnerungen. Ich zerstöre mein Herz. Ich versuchte. Ich werde dich immer zu schützen. Ich werde mich immer zu schützen. Du musst mir glauben. Sora. Ich werde nicht die Erinnerungen nehmen. Ich versuchte dich. Ich werde dich nicht immer zu schützen. Du hast. Ich werde dich nicht vergessen. Ich werde dich nicht vergessen. Du bist. Ich werde dich nicht vergessen. Ich werde dich nicht vergessen. Wir können alles für Sora. Wir sehen. Ich werde mich alle meine Erinnerungen haben. Ich werde wieder zusammenkreuz. Ich werde mich zusammenfühlen. Du weißt. Du weißt. Ah. Ah. You're a shell. A shell who has had everything taken. Everything! What can you possibly think I ever had? Both my body and my heart are fake. But... There is one memory I'll keep. Even if it's just a lie. Whether it was a phantom promise or not, I will... Protect Nominay! Imbeciles. You would knowingly shackle your heart. With a chain of memories born of lies? You would be one who has a heart, yet cast aside your heart freedom? You turn from the truth, because your heart is weak. You will never defeat me! Oh, man. Ja, irgendwie machen die Worte, die Sora von sich, gibt nicht so viel Sinn. Wie kann man... Er hat kein Gedächtnis. Kann... Weiß nicht. Und auf einmal sagt, hey, lösch meine Gedächtnis, weil... Baum... ... 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 Ich bin hinter dir! Jetzt direkt nochmal! Todeskisch! Verdammt! Wow, er hat viel abgezogen. Die Musik kennt man, glaube ich. Den Trailer von... Pinemars 1. Ich wusste es! Das war, glaube ich, los. Weil... Ich bin tot! Zum Teufel! Dann sehen wir uns wahrscheinlich in der nächsten Folge. Von Let's Play. Ich bedanke euch alle Zuschauer und sage Tschüss! Bis zur nächsten Folge! Oh mein Gott!